Hey ihr, sagt mal, habt ihr auch so nervige Nachbarn? Und ihr wolltet schon immer mal wissen, wie ihr sie so richtig abfucken könnt? Und hey du, sag mir nicht, dass du auch nervige Nachbarn hast? Und du wolltest auch schon mal wissen, wie du sie abfucken kannst? Dann hab ich jetzt für euch die 6 ultimativen Tipps, euren Nachbarn abzufucken in keine Ahnung wie vielen Sekunden in Real Life. Cool. Okay, was ist Methode 1? Wow, wow, wow. Jungs, ich würd sagen, Ladies first. Machen Workout. Hallo, Patricia. Hi, wie ist mir? Kati. Hallo. Hallo, Data. Hallo, Data. Ladies, schön, dass ihr alle da seid zu unserem wöchentlichen Ladies Power Workout. Und wisst ihr was? Heute sind meine Nachbarn nicht da. Ihr wisst, was das heißt? Wir können vorhin aufdrehen. Ja! Ja, Ladies, das war das Warm-up. Jetzt kommen wir zum Finale. Ladies, in Spurs! Oh nein, Nico kommt doch gleich noch. Der will doch noch trainieren. Oh, gar kein Bock. Oh, Jungs. Was ist denn hier los? Meine Fresse, ey. Bois, Mann. Bois. Bois, was ist jetzt mit Training? Mmmh. Ja. Ich hab's mir schon fast gedacht, die elendigen Reutböcke. Ich hab'n kleinen Booster für euch dabei. Sabatente. Nico, ich spür' was. Wo sind die Anzeln? Los, los, los! Wo sind die Anzeln? Jungs, ob es aussieht. Haben wir heute keine Anzeln am Start, Mann. Föhn dir die Haare. Fön dir die Haare. Ja, hab die Ecke! Ja, hab die Ecke! No, 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 no. This is what we're gonna do. Mach's auf die klassische Art. Bereit? Bereit. Viele von euch haben uns geschrieben. Ey, mach mal wieder, let's draw. Da dachten wir uns, hallo und herzlich willkommen. Sei kreativ. Ah. Polizeiwache hier. Hallo, hier ist die Rege- äh, Rebecca. Ich werde, ich werde gegen mein- Au, au, er schlägt mir ins Gesicht. Au, ich werde gegen mein Willen festgehalten. Au, 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 au. Nein, nicht mein Willen festgehalten. Au, nein, fass mich nicht an. Nein, nein, nein. Madame, das ist ja schrecklich. Ich werde gegen mein Willen festgehalten in der Goethe-Straße 2. Ich meine 3. Madame, keine Sorge, ich check jetzt schnell ein Team. Hilfe. Eine Minute, 37 Sekunden später. Was ist das? Ich mach mal auf. Schmeiß ne Geburtstagsparty. Es war alles für diese Woche, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lass doch einen Daumen hoch da, und wenn nicht, dann nicht.